Vom heutigen Produkt, dem Luit Connect 6, bin ich sowas von begeistert. Und deswegen habe ich mich entschieden, keinen klassischen Test zu machen, werde ich deswegen auch mit dem Fazit und der Zusammenfassung beginnen, damit ich mir danach in aller Ruhe die Zeit nehmen kann, euch veranschaulichen zu können, wieso ich das genial finde. Denn es ist so mächtig, so vielseitig, so flexibel und hat es trotzdem geschafft, oder vielleicht ist sogar das das eine Highlight, alles super einfach, sowas von logisch, im Prinzip selbst erklärend zu machen. Aber ich habe ja gesagt, ich fahre mir das Fazit an, ich mache es in nur einem Wort und das ist kaufen. Mehr muss ich da nicht wirklich zu sagen. Aber kurz zur Zusammenfassung, damit ihr grob wisst, was Sache ist. Hardware selber, es ist jetzt kein edles Premium-Produkt aus Metall oder so, es ist aus Kunststoff, aber gut verarbeitet bis auf eine Sache zu, der kommen wir dann noch im detaillierteren Part. Dann gibt es für die Größe, für den Preis, für den Einsatzzweck meiner Meinung nach genau die Anschlüsse, die man sich wünschen könnte. Sogar ein bisschen cleverer, als ich eigentlich sogar gedacht hätte. Also die haben sowieso in vielen Punkten weiter gedacht als ich, wobei ich habe nachher ein paar Sachen in der Software, die ich gerne verbessert hätte, aber dazu kommen wir später noch. Dann in Sachen Klangqualität. Also wenn es um die XLR-Ports geht, absolut top, absolut sauber, Kopfhörerausgang auch clean, wobei der ein bisschen mehr Power haben könnte. Die Bedienung per Hardware selber stark limitiert, aber umso besser. Vielseitiger, aber auch eben einfacher per Software, denn das ist das absolute Herzstück hier, denn ich habe ja in der Vergangenheit immer gesagt, ich will eigentlich eine Hardware-Bedienung, deswegen habe ich ja auch einen ProFX von Mackey mit allen möglichen Drehreglern, aber dort waren bestimmte Sachen sowas von schwer, wenn überhaupt nicht mal umsetzbar und hier denke ich mir, wenn ich das und das machen könnte, probiert, klappt sofort. Wie wäre es mit der und der Idee? Klappt sofort. Denn je länger ich das Gerät in mehr verschiedenen Szenarien genutzt habe, desto eher hat sich gezeigt, wieso das Ding so genial ist. Ich möchte es euch zeigen, aber vorerst mal das Gerät und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Was mir nicht gefällt ist, ich glaube offensichtlich, dass es hier oben glossy ist. Wieso? Ich verstehe es nicht, aber für mich ein bisschen schmerzhafter ist die Tatsache, dass das Rad hier stark wabbelt. Es hat auch nicht unbedingt das beste Feedback, denn ich spüre die Rasterung, aber sie ist für meinen Geschmack ein bisschen zu locker. Was mich allerdings mehr stört ist, dass ihr die Taste auch drücken könnt und dabei relativ oft auch Einstellungen verändern könnt. Was ihr damit verändern könnt ist folgendes, einmal Kopfhörerausgang 1 regeln, Kopfhörerausgang 2, Input und Input 2. Und noch die Lautstärke der Lautsprecher. Das 48 Volt wird nur angezeigt, wenn es pro Input drin ist. Es könnte jetzt nicht ein- oder ausschalten, ist allerdings auch kein richtiger Punkt. Aber die ganze Bedienung auf eben nur ein klickbares Drehrad zu beschränken, finde ich ein bisschen blöd. Also ich hätte auch da lieber die Möglichkeit gehabt, direkt auszuwählen, ich will Input einsteuern oder den Kopfhörer. Also ob es jetzt per vielleicht hier, weil es sind ja nur vier Sachen, eigentlich fünf, dass man es hier jeweils hätte klickbar machen können, wenn es schon so stark wackelt. Das ist jetzt allerdings kein Riesending, denn am Anfang während dem Testen hat es mich gestört, aber dann im täglichen Einsatz benutze ich das Rad mittlerweile eigentlich sowieso noch für die Steuerung des Kopfhörers und sonst nichts anderes, denn zum Beispiel an meinem Audiointerface habe ich einmal die Lautstärke des Inputs eingestellt und danach nie wieder. Von daher ist es jetzt kein Riesenpunkt. So, vorne gibt es einen 3,5 Millimeter Kopfhörerausgang und einen 6,3er und es hat mehrere Vorteile und sogar eine Sache mit sich gebracht, wo ich nicht mal mit gerechnet hätte. Aber wie es gedacht ist, ist folgendes, ihr müsst halt jeweils nicht darauf achten, dass ihr einen Adapter habt. Habt ihr einen 3,5er Kopfhörer, steckt ihr dann hier und habt ihr einen 6,3er, habt ihr einen 3. Aber, das Geniale ist das, die zwei sind komplett unabhängig voneinander. Ich kann auf dem Kopfhörer 1 einen komplett separaten Mix mit einer komplett separaten Lautstärke hören und auf dem zweiten komplett andere Quellen, eben zum Beispiel Mix 2 und auch mit einer komplett unterschiedlichen Lautstärke. Und dann ist das zum Beispiel einmal für euch gedacht und für die Person, die mixt. Oder wenn ihr einfach kurz spitzen wollt. Aber, wir gucken uns jetzt mal die Rückseite an. Und auch da gibt es ein paar Sachen, wo sie weiter gedacht haben, als ich hätte. Einmal Input 1 und 2, beides sind Combo XLR, also ihr könnt natürlich auch Instrumente einschließen. Ich denke mal, zwei sollten eigentlich reichen, weil für den Heimgebrauch ein Instrument, ein Mikrofon, das passt für die meisten. Wo sie im Prinzip, wie bei den Kopfhörern, genauso weiter gedacht haben, ist folgendes. Ihr habt ja einmal die Möglichkeit, per Klinke Lautsprecher anzuschließen, zum Beispiel jetzt ganz normale 3,5 mm PC-Lautsprecher oder eben für den eher professionellen Gebrauch dann eben per 6,3 eben balanced in eure Lautsprecher reinzugehen. Dann gibt es hier links Computer, das ist eben der Hauptanschluss, wovon das Gerät gesteuert wird. Dann gibt es Power. Power bräuchtet ihr, wenn ihr das Ganze per Mobile-Gerät nutzt. Ich habe es allerdings direkt hier bei Computer an einem iPad angeschlossen und es ging sogar ohne Strom. Es hat gepasst. Aber hier könntet ihr jetzt zum Beispiel ein Handy anschließen und das Signal ist ein In und ein Out. Das heißt, wenn ihr ein Telefonat über das Handy führt, könntet ihr das auch problemlos durchschleifen. Wo ich es allerdings noch genialer finde, ist, dass das Ganze als Dual-USB-Interface funktioniert. Das heißt, ich kann per USB direkt mit USB-A oder C eben in meinen PC reingehen. Das Gerät wird dort dann als Connect 6 Mobile erkannt und ich habe im Prinzip dort eine Soundquelle. Warum das so genial ist, ist folgendes. Normalerweise, wenn ich bei so einem Interface zum Game-Streaming meinen anderen PC verbinden will, musste ich AUX nutzen, weil die Interface, die ich hatte, bisher keinen optischen hatten, wo ich am Anfang dachte, das wäre super, wenn es das hätte, aber durch das Mobile hat sich das meiner Meinung nach völlig erledigt. Hat ich nämlich in der Vergangenheit oft das Problem per AUX an meinem PC, dass ich starke Brummschleifen hatte, wo ich dann noch zwischen ein optisches Wechsler schalten musste. Das ist ja nicht mehr nötig. Ich kann direkt per Mobile digital rein, habe keinerlei irgendwelche Signalstörungen oder Sonstiges. Und für die, die meinen, es wäre jetzt nett gewesen, optischen zu haben, das ist wahrscheinlich nur für Playstation 4 oder ältere Xbox-Nutzer noch eben praktisch, weil die noch den Ausgang hätten. Da die neuen Konsolen ja eh davon weg sind, finde ich das jetzt weniger das Problem. Und damit hätten wir eben die Ein- und Ausgänge hinter uns. Ganz kurz noch zur Qualität der XLR-Ausgänge. Also ich habe es verglichen mit meinem Focusrite, auch mit meinem ProFX von Mackie. Das ist ein kleines bisschen besser, wobei ich sagen muss, der Rauschabstand oder eben wie geringes Grundrauschen spielt bei mir eh schon keine Rolle, weil mein PC schon das Ganze deutlich überleiste. Deswegen habe ich es in verschiedenen Szenarien getestet, auch mit verschiedenen Varianten. Das sind allerdings wahrscheinlich alles keine professionellen, deswegen möchte ich die jetzt auch nicht einfügen, damit man nicht sieht, wie schlecht die sind, aber es ist nochmal besser als Standard-Interface. Ich denke mal, wenn das Profis analysieren, wisst ihr dann noch ein bisschen mehr, aber es ist ein schönes, kleines Signal und eben eins, das ihr um 72 dB eben verstärken könnt. Das heißt, es langt für die forderndsten. Also SM7B und sowas ist ja gar kein Thema. Das braucht in der Regel 60 bis 65 und nach oben hin bleibt es sehr, sehr clean. Wobei ich gemerkt habe, komischerweise brauche ich im Vergleich zu meinem alten Interface, wo ich gar nicht weiß, ich glaube, das geht bis 60, auch eben deswegen auch deutlich weniger Pegel, weil ich ja deutlich mehr Luft hätte. Zum Kopfhörerausgang, wie schon gesagt, der ist sauber, könnte nur ein bisschen mehr Power gebrauchen, wobei ihr könnt den mit Maximizer, darauf komme ich später noch bei der Software ein, noch so nachträglich ein bisschen boosten. Aber die Software ist jetzt das eine Riesending, zu der möchte ich jetzt kommen. Muss ich allerdings mal kurz erklären, was ihr da jetzt überhaupt seht. Also rechts oben ist nichts Wichtiges, rechts unten dann, falls ihr irgendwie sehen wollt, wenn ich was verstelle oder so, aber eher weniger. Dann, was ihr links seht, ist der Audio Mixer von OBS. Das hat einen bestimmten Grund, wieso ich euch das zeige. Und ich merke gerade, dass es eigentlich schon falsch ist, was ich euch da zeige. Denn ich hätte eigentlich Mix A aktiviert haben müssen und Connect. Aber da das Ganze gerade parallel, habt ihr nichts an Sound verpasst, möchte ich euch aber eben jetzt zeigen, was so genial ist an der Software. So, wir fangen mal bei den Einstellungen ein. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, hier steht es schon, Map Native Volume Controlled 2. Das heißt praktisch, das ist, wenn ihr jetzt per Tasten oder wie auch immer im System eure Lautstärke ändert, was die steuert. Ihr könntet jetzt dort separat nur, wie ihr sehen könnt, die Lautsprecher, den Headphone oder Headphone 2 steuern. Finde ich schon mal eine praktische Sache. Auf sowas wäre ich nie gekommen, aber es macht wirklich Sinn. Dann Brightness, der LED. Ich gehe zum Beispiel nur auf High. Das sieht dann bei euch fast wie weiß aus. Es ist halt ein sehr, sehr starkes Grün. Aber für das Video hier, damit ihr es auch seht, lassen wir low. Dann noch die Buffer Size. Dann könnt ihr eben Updates abrufen. Ich habe schon das Neueste. Wobei, das ist alles noch im Prinzip Pre-Release Software, weil die Software gibt es noch nicht offiziell. Da könnte sich auch noch was tun, aber da habe ich eh noch ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich hoffe, umgesetzt werden. Ich habe sie schon weitergesetzt. So, dann hier oben können wir die Sample Rate einstellen. Es gibt 44,1, 48 und 96. Das Ganze läuft, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mit 24 Bit. Denn es fragt ja einer irgendwo bei Instagram, ob es denn nicht 32 Bit Float gibt. Leider nicht. Aber ich persönlich kenne auch keinen Mixer, der es hat. Also ich persönlich habe es auch noch nie wirklich gebraucht, aber ich verstehe schon die Vor- und Nachteile. So. Das Herzstück. Control Center 6. Und wenn ich mit euch jetzt Schritt für Schritt durchgehe, wobei ich das gar nicht müsste. Und falls ihr das ein bisschen anders erklärt habt, wollt ihr vielleicht ein bisschen leicht verständlich. Es gibt von Luit, allerdings waren die Videos auf Englisch, ein Video, wo im Prinzip die ganze Benutzung auch verschiedene Szenarien kurz gezeigt werden. Es wird dort recht kurz, aber wirklich gut verständlich erklärt. Ich möchte es halt ein bisschen ausführlicher in verschiedenen Szenarien erklären. Aber erst mal kurz, was wir hier sehen. Wir fangen mal bei den Hardware-Inputs an. Es gibt einmal Input 1 und 2. Glaube ich nicht, dass ich groß erklären muss. Das sind die für die XLRs. Da gibt es ein Auto-Setup. Dazu kommen wir noch. Wirklich coole Sachen. Habe ich so auch vorher noch nicht gesehen. Dann die dBs zum Einstellen. Also ihr seht gerade, ich habe bei dem Luit LCT 440 Pure nur 22 dB Verstärkung. Es gibt übrigens auch noch minus 6. Dann gibt es den Fatom-Power-Schalter. Ein Low-Cut. Und was das ist, persönlich weiß ich gar nicht. Das ist im Prinzip so ein Durchschnittszeichen. Ich habe es gedrückt. Ich habe da nie einen Unterschied bemerkt. Dann gibt es eine Mute-Taste. Dann gibt es einen Expander. So wie ich das verstehe, ist es im Prinzip ein Noise-Gate auf Steroiden. Also ich habe gehört, es wäre etwas deutlich Besseres, weil es natürlicher funktioniert. Ich kann es schon mal kurz demonstrieren, was es macht. Ich schalte es jetzt mal ein. Und ihr hört im Prinzip gar nichts. Also was ihr jetzt hören würdet, wenn ihr das Ganze mit Kopfhörern checkt, ist Regen. Komplett weg. Solange ich rede, ist es noch da, aber dann übertöne ich es ja. Sobald ich allerdings leise bin, ist es weg. Im Prinzip daher ein Noise-Gate, aber eben mit Einstellungsmöglichkeiten. Weil ich finde es zu krass für meinen Geschmack, wie das eben das Ganze reduziert. Deswegen bin ich darunter. Den Release würde ich auch ein bisschen verändern. Dafür habe ich allerdings zum Beispiel ein Preset erstellt. Das allerdings jetzt nicht sichtbar ist. Spielt auch keine Rolle. Und die Fresh-Hold könnt ihr da einstellen. Und was ihr mit dem machen könnt, ist folgendes. Ich habe im Hintergrund einen PC gehabt, der hörbar war. Dann habe ich den Fresh-Hold genau so eingestellt, dass er meinen PC, wenn der läuft, ausklammert. Ich könnte aber auch so weit runtergehen, dass er den noch drin lassen würde. Von daher, praktisches Feature. Kompressor muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, was der macht. Aber das Coole ist, hier wird das alles nochmal bildlich erklärt. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel runterziehe, dann seht ihr schon, wenn er an wäre, würde die ganze Stimme stark komprimiert werden. Also ihr seht sie auch schon oben. Also das, was komprimiert wird, der Pegel wird verringert. Das seht ihr in Form von Orange. Wenn ich jetzt höher gehe, was deutlich natürlicher ist, dann seht ihr, dass da auch deutlich weniger passiert. Und hier habt ihr halt auch die typischen Dinge wie Fresh-Hold, Ratio, Attack, Release und eben auch Make-Up-Gain. Also Make-Up-Gain ist im Prinzip einfach Gain, wo er das Ganze wieder erhöht. Gut, schalten wir allerdings mal aus wieder. Und dann gibt es noch einen Equalizer, muss ich auch nicht sagen, aber finde ich cool. Das Ganze ist nämlich alles per DSP auf dem drauf. Das heißt, es verlangt keine Prozessorleistung an eurem PC. Nice. Und eben auch direkt verfügbar. Presets könnt ihr einstellen. Ihr seht schon, ihr könnt ja natürlich wie typisch eben Low-Cut, Low-Shelf, Peak und so weiter einstellen. Ich bin keiner, der ein EQ nutzt, deswegen passt es. So. Das Ganze ist bei Input 2 das Gleiche. Was ihr hier jetzt eben unten noch habt, ist, ihr seht schon A und B. Wie ich das nutze, ist wie folgt. Mix A ist der Mix, den ihr hört. Und Mix B wäre den, wie ich ihn zum Beispiel beim Game-Stream höre, weil ich dann die Pegel anders hören will. Da könnte ich das jetzt anpassen. Ich habe jetzt allerdings für das Video beides gleich gelassen. Dann geht es weiter mit AUX-In und Mobile-In. Da seht ihr gerade nichts, weil da jeweils nichts eingesteckt ist. System. System habe ich so umbenannt, denn ich möchte euch kurz zeigen, dass das geht. War ab Werk einfach Out 1 und 2. Aber ihr könnt das Ganze eben problemlos eben umbenennen. Das finde ich eine nice Sache. Wartet mal. So. Und da könnt ihr die Lautstärke einstellen. Das Ganze könnt ihr hier jetzt entweder locken oder anlocken und dann unterschiedlich die Pegel einstellen. Je nachdem, was derjenige hören soll. Wenn ihr lockt, zieht, dann ist das automatisch wieder gleich. Und dann jeweils immer aussuchbar A oder B. Auf das gehen wir noch ein bisschen näher ein. Dann gibt es auch 3 und 4, 5 und 6. Wie ihr das genau nutzen wollt, ist jetzt euch überlassen. Aber zum Beispiel, was ihr machen könnt, ist in Windows, kann man ja die einzelnen Kanäle belegen pro App. Also ich könnte zum Beispiel auf 3 und 4 nur Title setzen. Auf 5 und 6 dann zum Beispiel nur Discord. System, habe ich gerade mein System. Und dann könnt ihr das halt alles einstellen. Man könnte natürlich das auch über die Ausgänge und so weiter. Aber dann unten bei den Outputs gibt es halt den Mobile Output, der gerade nicht aktiv ist. Dann Headphone. Jetzt könnt ihr hier eben aussuchen. Und das ist das Geniale. Nicht nur, ob Mix A oder Mix B hörbar ist. Ihr könntet hier einzelne Inputs oder Outputs hören. Also Outputs 1, Mix, ihr seht es ja. Das gleiche auch so eben beim Kopfhörer. Und das ist jetzt eben für meinen Geschmack so. Mix A, das was ich rauslasse, könnte jetzt jemand überprüfen. Also monitoren, damit er weiß, wie das fertige Produkt wäre. Und Mix B für mich, wie ich es auf Headphone 1 habe, wie ich es eben hören will. Und dann gibt es noch Loopback. Und Loopback könnt ihr halt auch wieder alles aussuchen. Super. Master. Master ist im Prinzip einfach nur, hier könnt ihr, wenn ihr alle Pegel eingestellt habt, aber der ganze Stream ist zu leise. Ist einfach den hier eben erhöhen. Also im Prinzip mache ich das Ganze jetzt schon. Der ganze Pegel ist jetzt lauter geworden. Ich mache es ja wieder leiser. Und das Ganze hat auch eine Maximizer-Funktion. Ich bin mir nicht 100% im Klaren, was genau Wiese macht, weil ich habe mal nachgegoogelt, aber das tut im Prinzip die Lautstärke optimieren. Was jetzt zum Beispiel bei mir macht, auf Mix B ist, und das ist eben praktisch auch für Overhears, das ganze Signal für mich nochmal boosten. Also wenn ich jetzt lauter gehe, hört ihr davon nichts, aber ich höre den ganzen Mix nochmal ein bisschen lauter. Wenn ich jetzt allerdings ausschalte, höre ich mich wieder genauso, wie wenn ich es noch auf Null hätte. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, was er macht. Aber ich finde es praktisch, weil gerade bei Spielen hatte ich, so wie ich alles abgemischt hatte, nicht genug Pegel, Maximizer hoch und zwar einwandfrei. Und dann konnte ich eben auch Overhears nutzen. So, das war jetzt mal die Grundlegen der Bedienung. Jetzt möchte ich mal auf ein paar Szenarien eingehen, wie ich es eben genutzt habe. Also was ihr jetzt zum Beispiel mal machen könntet, ich habe jetzt mal den Pegel noch unten. Ich werde jetzt mal Musik abspielen am PC. Und ihr seht auch, direkt bei System ist jetzt ein Ausschlag. Ihr hört aber noch nichts. Ich selber höre noch was, was glaube ich daran liegt, dass der Regler bis minus 60 geht. Und eben, vielleicht hört ihr es sogar auch, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Also jetzt spätestens hört ihr nichts, weil ich Mix A und B ausgeschaltet habe. Aber es ist halt nicht Infinity. Also ich hätte da vielleicht noch ganz gern eine Mute-Taste, wie auch bei den ersten ein, zwei Inputs. Weil unten bei den Outputs gibt es das ja auch. Muss allerdings vielleicht nicht unbedingt sein. Aber spätestens jetzt, jetzt ist das Lied allerdings gerade rum. Spätestens jetzt, ihr seht eben auch bei Mix A, hört ihr die Musik. Könnt ihr jetzt einstellen. Und wenn das jetzt zum Beispiel bei eurem Stream euer Spiel wäre, könnte ich jetzt einfach anlocken. Ihr wollt vielleicht die Musik nicht so laut hören. Oder das Spiel. Ich möchte es allerdings lauter hören. Und das ist so easy, weil mit dem Mackie, wo ich hatte, war das für mich aus irgendeinem Grund so schwer einstellbar, weil ich nicht wusste, jedes Mal, wenn ich jetzt das Ganze für euch lauter gemacht habe, ist es für mich, obwohl ich nicht wollte, auch lauter geworden. Also das war sehr, sehr verwirrend. Aber hier, hier seht ihr es ja direkt. Es ist unmissverständlich so, der hat mehr als der und Mix A und Mix B komplett untereinander getrennt. A ist immer das, was ihr hört, B immer das, was ich höre. Supergeniale Sache. Also das wäre der eine Punkt. Denn wir lassen die Musik mal ein bisschen im Hintergrund weiterlaufen. Der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist folgendes. Computer, hier, Haupt angeschlossen. Streaming-PC wäre dann per Mobile angeschlossen. Dann gebt ihr praktisch das Signal weiter und lasst das alles in den Mix rein. Nice Sache. Jetzt habe ich mir allerdings folgendes überlegt. Was ist, wenn ich auf meinem Mikrofon einen Geräuschunterdrückungsfilter draufpacken gerne würde, weil mein PC und so weiter rauscht, aber jetzt nicht den Expander nutzen will? Was wäre da eine Möglichkeit? Ich setze einfach, ihr seht es ja schon in OBS, einfach auf Mix A einen Rauschunterdrückungsfilter drauf. Nachteil ist allerdings, und das ist mir eben beim letzten Stream passiert, dass er das Spiel, weil das ja das Gleiche im gleichen Stream, im gleichen Mix drin ist, eben auch auslöschen will. Und dann hat er zum Beispiel meine Motoren-Sounds ständig abgehackt. Da habe ich mir überlegt, wie wäre das hier machbar und eigentlich super easy. Ich werde es euch gleich mal demonstrieren. Schaltet allerdings deswegen jetzt mal kurz das zweite Mikrofon ein. Schaltet allerdings mal noch kurz die Musik aus. Jetzt hört ihr vielleicht beide parallel, aber das sollte kein Ding sein. Und zwar ist es jetzt folgendes. Das hat es nämlich auf sich mit Mix A und Mic A, also nicht zu verwechseln. Ich werde jetzt einfach mal Mic A mitaktivieren. Und ihr seht, da das momentan, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und schalte mal hier beide aus, da meine Stimme momentan die einzige Quelle ist, haben wir zwei Ausschläge. Wenn ich jetzt allerdings eben auf Mic A, weil ich kann, und das ist das Geniale in OBS, ich kann aussuchen, welchen Stream ich da reinsetze. Ich könnte Mic A reinsetzen, Mic B, Mix A, Mix B, die ganzen Outputs, das ist alles frei auswählbar. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber ich kann es euch mal vorlesen, was da alles verfügbar wäre. Wir hätten einmal Standard, dann Mic Line Instrument 2, Mic Line Instrument 1, Aux In, Loopback, Mix A, Mix B und Mobile In. Also im Prinzip, die alle könnt ihr dir einzeln reinsetzen, bei OBS und dort separat steuern. Macht allerdings für mich wenig Sinn, denn wir haben ja hier schon die Mixer Software, also nutzen wir sie hier. Wenn ich jetzt allerdings nur Mic A abgreife, also ausgewählt habe, könnte ich dort jetzt einen Rauschen und einen Filter draufpacken, sagt ja aber, ja aber Mix A läuft ja mit, also das Mikrofon läuft doppelt. Was mache ich jetzt? Ganz einfach. So habe ich es mir das erste Mal überlegt und dann dachte ich mir, könnte ich jetzt nicht einfach, ups, hier, einfach das Mikrofon in Mix A ausschalten und wie ihr sehen könnt, ist das Mikrofon nicht aus. Ah, weil das zweite läuft. So, jetzt, ihr seht, jetzt ist Mix A aus. Jetzt lief noch das zweite Mikrofon mit. Das heißt praktisch, ihr müsst jetzt aber noch hören, jetzt habe ich zwei Signale und das kann ich zeigen, indem ich jetzt eben kurz mal die Musik reinhaue. Ihr seht, da ist ein Ausschlag, die Musik läuft. Das heißt, wenn ich das Mikrofon in Mix A ausschalte und alles andere eben noch in Mix A dran habe, haben wir zwei voneinander getrennte Mixes oder Signalwege. Einmal Mix A, Spiel und was auch immer, zum Beispiel auch Musik und so weiter und das Mikrofon extra und ich kann jetzt halt nur das Mikrofon raus drücken, wenn ich das denn gerne hätte. Das ist all das, was ich gerne hätte, weil das ist im Prinzip genau die Lösung, die ich mir vorgestellt habe. Das ist das Geniale an der Sache. Jetzt hatte ich eine andere Überlegung. Es ist wie folgt, ich habe das hier am Streaming-PC, bin allerdings dort am Gaming-PC. Control Center läuft hier, kann ich schlecht darauf zugreifen. Deswegen habe ich mir überlegt, von Weitem per Maus steuern, ist ein bisschen unkomfortabel. Da habe ich eigentlich schon auch Louis gefragt, könnte man da nicht irgendwie remote-mäßig steuern und dann bin ich recht einfach auf eine Lösung gekommen, wobei dann dieses Kanal-Splitten halt rausfällt. Wir setzen mal die Musik noch mal aus. Ist für mich ein bisschen irritierend. Und zwar ist es wie folgt, ihr nehmt dann einfach den Computer-Eingang, also den Anstecker, steckt den am Gaming-PC ein und geht hier in den PC in Mobile in und das heißt dann praktisch, dass das ganze Signal vom Gaming-PC hierher kommt als Mobile. Dann ist es schon der fertige Stream, im Prinzip wie Mix A. Dann könnt ihr zwar nicht splitten, dann kann ich allerdings drüben an dem PC meine Control Center Software laufen lassen und jederzeit kurz was verstellen. Also im Prinzip haben sie soweit gedacht, aber dass das Ganze noch ein bisschen vielleicht durchdachter geht, ist vielleicht jetzt meine nächste Sache, denn jetzt ist folgendes. Die ganzen Einstellungen, die ich hier gerade ne, sind alle nur per Software und ich sehe viele eben wie mit dem GoXLR, die steuern es eben ab und zu mal zwischendurch, was hier ja nicht wirklich so direkt machbar ist und deswegen habe ich ein paar Vorschläge einfach weitergeleitet an Luit. Ich hoffe mal, das wird umgesetzt. Eine Sache in dem Besonderen, denn eine Lösung wäre, wenn man jetzt das Ganze, also diese Inputs und Outputs, Mute, Expander und so weiter per Hotkey steuern könnte. Also wenn ich sage, STRG-Alt-B ist Mikrofon B und dann eben Muten oder nicht. Aber das Ganze könnte noch viel, viel weiter gehen, eben statt Hotkeys, die ich dann eben mit einem Stream Deck nutzen kann, weil mit einem Stream Deck kann man ja alle Hotkeys benutzen, wäre ein direktes Stream Deck Plugin, so wie es zum Beispiel bei OBS oder ähnlichem machbar ist. Und wie das funktionieren würde, wäre dann wie folgt, ich zeige euch das mal hier. Es gibt ja in Windows zum Beispiel bei WinTools einen Audio- oder App-Audio-Mixer. Wenn ich den jetzt drücke, seht ihr im Prinzip die Quellen, die gerade aktiv sind, also jetzt in dem Falle mein Media Player. Und ich schalte jetzt einfach noch mal kurz das Ganze ein, gehe mal recht laut und jetzt kann ich, ihr seht schon, das regeln. Und ich hätte das jetzt halt, so wie es ist, im Prinzip gerne für eben die Inputs, die Outputs und so, weil dann könnte ich mit diesem Mixer, dann zeigt er mir hier eben an, Output 3, 4, Output 5, 6 und dann noch einen Zahlenwert, dass ich weiß, wie laut das ist. Dann kann ich mit Plus und Minus das steuern, ohne jemals in die Software reinzugehen. Ich müsste wahrscheinlich laufen lassen im Hintergrund oder vielleicht per Plugin dann auch nicht. aber das würde die Sache meiner Meinung nach einfach um, also es würde aus einem supergeilen, ein hammergeiles Gerät machen. Ich denke mal, ihr versteht schon, dass Hammergeil besser sein soll als supergeil. Aber dann hätte ich eben so viele Möglichkeiten. Ich könnte direkt per, wenn es eben per Plugin steuerbar wäre, Mic A muten, Mic B muten, die verschiedenen Software-Channels wechseln, verschiedene Lautstärke wechseln, vielleicht auch den Mix A und B. Wow. Das sind allerdings jetzt, ich sage jetzt mal, recht spezifische Sachen, die man nicht wirklich braucht, aber die in bestimmten Situationen, gerade für Streamer, die ja alles über den Streamweg laufen haben, einfach nochmal so viel praktischer. Ändert aber nichts an der Tatsache. Ihr habt, glaube ich, gesehen, wie einfach die Szenarien sind. Ihr könnt einfach alles euch nur mal kurz überlegen. Ich würde das und das gern machen. Das müsste doch so und so gehen. Es funktioniert so. Also das war zum Beispiel für mich das Überraschende, gerade mit diesem Monitoring. Ich habe überlegt, damals mit meinem Mixer von Hand, jedes Mal, hier, ich sehe ja direkt, der eine ist höher als der andere, das höre ich, das höre ich nicht und ich kann ja jederzeit auch zwischen Mix A und B wechseln und dann genau hören, was ich auch verändert habe. Super geil. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen, obwohl ich es ja am Anfang schon gemacht habe, einfach nochmal kurz, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Ich finde das Ding super. Also für 300 Euro, wo ich anfangs sogar sagen muss, es ist mehr, ich meine weniger als ich dachte, denn als sie das auf Instagram geteasert haben, das Produkt. Wollte ich wissen, was es auf sich hat, habe gefragt, könnt ihr mir vielleicht da ein paar mehr Infos geben. Dann habe ich praktisch ein Werbe, also nicht ein Werbevideo, aber ein Einleitungsvideo gesehen, wo mir das Ding erklärt wurde. Und dann dachte ich so, okay, das ist von Lloyd, qualitativ eben hochwertiger Hersteller, mit eben der Technik, neues Produkt, extrem hoher, also Vielfalt, was man damit machen kann, Flexibilität und so weiter. Dann habe ich persönlich mit 500 Euro gerechnet, später dann in der Mail entdeckt, dass es 300 Euro kosten soll. Und ich muss auch sagen, angesichts der Klangqualität, aber noch mehr eben der Flexibilität, Vielseitigkeit bei der Einsatzerkeit, plus eben, und das ist für mich das Geniale, der Einfachheit ist es absolut wert. Denn in der Preisklasse kriegt ihr keine wirklich cleaneren Preamps. Die Kopfhörerausgänge könnten vielleicht ein bisschen stärker sein. Dann habt ihr eben diese schon meiner Meinung nach sehr zukunftsweisende Anschlussbeanstaltung mit eben Dual-USB, wo ihr direkt in den zweiten USB gehen müsst, wo ihr euch keine Sorgen machen müsst, ich brauche eine Soundkarte, wie stecke ich das ein? Ihr schließt einfach per USB ein und es ist eine Soundquelle, fertig, das war's. Oder eben per AUX. Dann eben Bestückung von Lautsprechern und ihr könntet hier eben auch zwei verschiedene nutzen. Wobei, ich glaube, das ist ja nicht einzeln. Das wäre dann nicht einzeln, aber wer will schon zwei verschiedene Lautsprechern nutzen? Und wenn, dann gibt es da andere Lösungen. Aber dann eben noch Mobile In und Mobile Out. Gerade, weil viele eben heutzutage sehr, sehr viel in den Stream gehen. Und dann eben diese Software, wo ihr das Ganze wirklich so einfach zugänglich macht, wo ihr einfach problemlos alles eingeben könnt. Mit eben noch den DSPs, mit dem Expander, mit dem Kompressor Equalizer. Ah, Auto Setup habe ich vergessen. Ganz kurz, soll ich euch das zeigen? Nur damit ihr wisst, wie das abläuft. Ich schalte dafür das Mikrofon mal nochmal kurz ein. Das hätte ich vorher eigentlich einbinden müssen, aber ich möchte euch unbedingt nochmal zeigen, einfach, dass ihr das mal gesehen habt, wie easy das läuft, wenn ihr zum Beispiel noch nie ein Mikrofon vorher eingestellt habt. Ihr geht jetzt zum Beispiel auf Auto Setup und jetzt fragt ihr euch, Kondenser Mikrofon, Dynamic oder ein Instrument? Instrument gehe ich mal davon aus, es wäre dann einfach voller Input. Aber Kondenser oder Mikrofon müsst ihr nur folgendes wissen. Kondenser heißt 48 Volt Phantom Power an, Dynamic aus. Und der Grund, wieso ich das erwähne, ist, dass wenn man eben ein Mikrofon hat, mit dem Vorverstärker, mit dem Eingebauten, wie zum Beispiel ein Logitech Blue Sona oder ein SC Electronics Dynacaster und ihr sucht Dynamic aus, dann gingen die bei mir nicht, bis ich gesehen habe, wie das funktioniert. Aber wir suchen jetzt einfach mal Kondenser aus, dann gibt es die Möglichkeit Singen, Talken oder eben Instrument. Ich gehe auf Talken, dann Live oder Recording. Ich gehe jetzt extra auf Live, weil Recording würde nur eure Lautstärke abgreifen, Live macht noch ein bisschen mehr und darauf gehen wir jetzt ein. Also was er jetzt machen will, ist im Prinzip eure Lautstärke beim Reden messen, das ist gerade das Mikrofon, und dann pegelt er das selber ein und das klappt auch wirklich top genau. Also so würde ich es selber einstellen. Er geht dann so auf maximale von minus 12. Das ist in etwa das, was man ja auch eigentlich einstellen sollte. Also da hat er für mich immer genau den richtigen Pegel ausgesucht. Also ihr seht vielleicht schon, er hat jetzt 21 ausgesucht. Ich persönlich habe 22 drin, liegt allerdings nur daran, dass ich ungerade Zahlen nicht mag. So, das nächste ist Ambient Noise. Und da es gerade regnet, ist das ideal, weil er wird das messen und eben auch ausfiltern. So, und das ist jetzt im Prinzip euer fertiges Setup. Er hat jetzt 48 Volt reingehauen, er hat einen Highpass-Filter rein, was ich generell auch machen würde, er hat den Gain ausgesucht, wie gesagt, 1 dB niedriger als ich hatte, einen Expander eingestellt und auch ein Finish Setup dann. Und jetzt gucken wir uns mal an, was er beim Expander gemacht hat. Also Expander, seht ihr schon, er hat die Threshold relativ tief gesetzt, weil der Raum relativ niedrig war. Aber ihr seht schon, wenn ich aufhöre zu reden, hört ihr nichts vom Regen. Persönlich finde ich ja, das ist eines Standard-Settings ein bisschen zu extrem, denn die Maximum Reduction von 20 dB finde ich persönlich zu heftig. Also ich habe die mir auf 15 runtergesetzt. Aber dafür habe ich ja auch noch Presets. Ah, auf die bin ich gar nicht eingegangen. Das muss ich auf jeden Fall noch, darf ich nicht vergessen. Dann kurz der Kompressor. Haben wir ja schon erklärt. Er hat ihn im Prinzip auch gut eingestellt, aber er hat ihn jetzt halt lauter gemacht. Ich mache den Make-Up-Gain jetzt wieder aus. Ich finde es ein bisschen zu viel. Wir gehen aber hier wieder auf 22. So. Equalizer hat er keinen Ausgesucht, das will er vor allem. Ja, 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 ja. Jetzt muss ich noch auf jeden Fall auf die Presets eingehen, denn das ist das, was das Gerät so, ich weiß gar nicht, so super easy an verschiedenen Einsatzzwecken irgendwie anpassbar macht. Denn ihr seht vielleicht schon, ich habe jetzt zum Beispiel drei eingestellt. Einmal LCT 440p für mein Mikrofon, dann habe ich eins für mein SimRig Streaming. Also das heißt, ich kann das Gerät so wie es ist, einfach nur hier abstecken, drüben einstecken, lad SimRig und alle meine Settings sind so eingestellt, wie ich es für den Stream bauche. Gehe ich dann wieder hierher, wenn ich ein Video aufnehmen will, habe ich das. Es ist zwar nicht wahrscheinlich gedacht, dass ihr das Ding immer stellt und nicht mit und herstellt, aber wenn ihr das mal machen wollt oder halt am gleichen PC, denn wenn ihr wisst, ihr habt ein bestimmtes Szenario Podcast, da wollt ihr den Expander drin haben, Kompressor drin haben, Equalizer und so weiter, dann habt ihr das als Preset gespeichert und wenn ihr dann allerdings das nächste Mal wieder ein Video macht, wo ihr die ganzen Sachen im Nachhinein einbinden wollt, Setup gewechselt und ihr habt das im Laufbau. Also für mich wäre es im Prinzip ideal, hätte ich das Gerät hier am Tisch und noch ein zweites da hinten, wo zwar am beiden, am gleichen PC angeschlossen werden, aber der Grund ist einfach nur, dass meine Kabel nicht lang genug sind, wenn ich es beim Sims Streaming hätte, aber ihr könntet hier eben alles anpassen, also komplett unterschiedliche Level oder wenn jetzt eine komplett andere Person, wenn man das mal irgendwo mit ein anderes Mikrofon hat, per Auto Setup kurz einstellen, upsafen und wenn man dann wieder bei sich ist, stellt man das auf sich wieder ein. So muss das sein. Ich glaube in knapp unter 30 Minuten habe ich euch jetzt alles eigentlich erklärt, was ich wollte, zwar nicht ganz in der Reihenfolge wie geplant, aber ihr habt glaube ich mietgekriegt, dass ich von dem Ding angeteine habe. Also wie gesagt, um kurz zusammenzufassen, was man hätte verbessern können, das Drehrad, vielleicht da direkt zugreifbar, die Taste machen, was man wechselt, vielleicht jetzt im Perkursor oder wie auch immer oder eben auch hauptsächlich mal das Drehrad ein bisschen qualitativ besser hinmachen. Vielleicht das Glossier weglassen, wobei das stört mich jetzt nicht wirklich und dann halt noch als Vorschlag einfach zur Verbesserung, was ja noch machbar ist, ist einfach noch die Einbindung mit einem Streamback und das Ding wäre im Prinzip perfekt und ich sage im Prinzip perfekt, einfach weil es für mich perfekt nicht gibt, aber für die Größe, wie easy das ist, das einfach mal kurz mit rüber zu nehmen, alle Einstellungen zu haben, wieder hierher zu bringen, alle Einstellungen zu haben, mit der eben Qualität des Klangs und so weiter und so fort, den DSPs, der Software, der einfach, also wer bis jetzt noch nicht kapiert hat, dass das Ding, eine Empfehlung kriegt, eine absolute, der hat glaube ich 29,5 Minuten was anderes gesehen. Okay, ich beende das Ganze hier und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.